Heute dreht sich alles um das Thema Collagen. Das heißt, du bekommst heute von mir ein Collagen-Paket für Photoshop. Schauen wir uns das direkt einmal an. Also, ich habe die ZIP-Datei schon mal aufgemacht und das, was du hier siehst, ist einmal so eine kleine Übersicht. Du hast immer ein JPEG und eine PSD-Datei. Und schauen wir uns das nochmal an. Also, in Collage 1 bis 20, 21 bis 40 und 41 bis 60 siehst du mal eine Übersicht, wie die Collagen aussehen. Das heißt, sie sind unterschiedlich angeordnet, sie sind unterschiedlich gestaltet und die kannst du individuell für dich nutzen. Wenn du jetzt diese, zum Beispiel wenn du sagst, okay, 1 bis 20, das gefällt mir generell, möchte ich alles gerne irgendwie haben und individuell anpassen, dann kannst du die große PSD-Datei aufmachen. Du kannst aber auch, wenn du zum Beispiel sagst, hey, Collage 1, das gefällt mir eigentlich ganz gut, dann gehst du in die einzelnen Reihen und hier siehst du das nochmal einzeln verpackt. Das heißt, hier hast du eine Vorschau von Collage 1 und das machen wir jetzt mal in Photoshop auf. Das heißt, ich nehme mir die PSD-Datei, öffne die in Photoshop und dann siehst du so etwas. Das sind alles Platzhalterrahmen. Und diese Platzhalterrahmen kannst du ganz einfach benutzen, indem du zum Beispiel einen Ordner hast mit Bildern und diese Bilder, die kannst du einfach per Drag & Drop jetzt hier reinziehen. Schau mal. Warte, ich ziehe mal das hier daneben. So, und ich ziehe jetzt meine Bilder einfach per Drag & Drop hier rein und habe somit sehr schnell eine Collage angefertigt von beispielsweise einer Reise. Ja, und so funktioniert das überall mit allen Collagen. Das heißt, auch wenn du sagst, hey, die zweite, die gefällt mir irgendwie noch besser oder die dritte oder ich möchte vielleicht etwas Außergewöhnliches, wo ich vielleicht so ein paar Schrägen mit drin habe. Schauen wir mal. Wo war denn das? Gucken wir nochmal hier oben rein. Das heißt hier Collage 26. Dann nehmen wir uns die 26 als Vorschau. Hier haben wir ein paar Schrägen mit drin. Öffnen das in Photoshop. Und auch hier können wir jetzt die ganzen Rahmen entsprechend bestücken. Lass dich nicht irritieren von den ganzen Linien, die verschwinden dann. Ich ziehe jetzt einfach mal kurz ein paar Bilder mit rein. Es wird jetzt wahrscheinlich das ein oder andere doppelt sein, aber das ist vollkommen egal. Du siehst, wie intuitiv und einfach das ist. Wenn ich ein Bild austauschen möchte, dann ziehe ich einfach ein neues Bild drüber und dann bist du im Grunde fertig. So, und das kannst du speichern. Du kannst hier in den Rahmen reinklicken, kannst das Bild im Ausschnitt verschieben, falls du vielleicht einen anderen Ausschnitt haben möchtest. Du kannst natürlich aber auch auf Bearbeiten, Freitransformieren gehen und das Ganze innerhalb des Rahmens vergrößern. Ja, auch das ist natürlich möglich. Und so bist du dann mit deinem Rahmen im Prinzip fertig. Ja, du kannst hier den Ebenenstapel auch aufklappen. Dann siehst du, wie das Ganze hier funktioniert und angeordnet ist. Wir könnten jetzt hier auch eine neue Hintergrundfarbe definieren, falls du das Ganze blau haben möchtest oder schwarz. Und dann kannst du das speichern. Und das kannst du als JPEG machen. Das kannst du als PDF rausspeichern. Kannst du als TIFF speichern, um es dann in den Druck zu geben und so weiter und so weiter. Ja, das ist das Collagen-Package, was ich dir heute einmal mitgeben möchte. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Probier dich aus, guck die einzelnen Collagen einfach mal durch. Und dann kannst du hoffentlich für dich was damit anfangen, Inspiration suchen, vielleicht auch in der Anordnung von Collagen oder von Bildern etc. pp., um es selbst nachzubauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Vielen Dank! Vielen Dank.